Kann beim bzw. nach Erwerb einer Immobilie, speziell einjährendes Hauses, die Wohngebäudeversicherung geändert, gekündigt werden oder ähnliches? Was ist ein klares Ja? Sie können die Wohngebäudeversicherung immer dann kündigen bei einem Haus. Wenn Sie als neuer Eigentümer ins Grundbuch eingetragen sind, dann haben Sie praktisch vier Wochen Kündigungsfrist. Sollten Sie allerdings diese vier Wochen versäumen und erst nach fünf oder sechs Wochen versuchen, die Gebäudeversicherung zu kündigen, dann funktioniert das nicht. Dann haben Sie keinen Anspruch. Dann müssen Sie wieder warten bis zur nächsten Fälligkeit und dann können Sie in der Regel mit drei Monaten zur nächsten Fälligkeit kündigen. Noch ein Tipp, damit Sie in diesen Fehler nicht reinlaufen, schreiben Sie der Wohngebäudeversicherung und sagen Sie, dass Sie praktisch die Wohngebäudeversicherung zum nächstmöglichen Zeitpunkt kündigen. Und Sie bitten um Bestätigung, wann dieser nächstmögliche Zeitpunkt ist. Und Sie bitten um Bestätigung zu kündigen, wenn Sie die Wohngebäudeversicherung zu kündigen.